Heute geht es nach Antalya. Wir sind hier jetzt am anstehen, so wie wir sehen. Entschuldigung, der Herr, haben Sie kurz Zeit? Was denken Sie, wie der Flug verlaufen wird? Also wir werden jetzt nochmals einchecken. Wir sitzen dann in das Flugzeug ein und vielleicht kommt noch ein Blitz, dann wird das Flugzeug auseinandernehmen. Ready to fly. Sind wir bereit oder nicht? Wir sind erfolgreich gelandet. Es ist voll. Wo war das? Dort hinten, wo die Passade hat. Die Koffer lagen alle am Boden. Er ist am shooten. Die anderen zwei sind jetzt schon kurz reingegangen. Ich glaube, das ist das Hotel dort hinten. Was sagst du? Ja, wir wurden zerrascht. Wir hoffen jetzt, dass wir eine gute Aussicht haben. Okay. 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 Oh mein Gott. Okay, es sieht nice aus. Okay. Das ist die Aussicht, die wir haben. Also auf jeden Fall sieht das ganz nice aus. Die Jungs sind am trainieren. Big dog! So friends, ab zum Strand, oder? Danke, Rainbow. So fein. Danke vielmals. Heute wieder mal mit Ferrari unterwegs. Ferrari? Wir sind mit dem Ferrari unterwegs. What's up, what's up? Hey, durch Dschungel und alles gehen wir hier. So lange ist es her, dass wir endlich mal am Strand waren. Das sieht so schön aus, man. Fuck, meine Füße brennen. Das Feeling ist unbeschreiblich, Leute. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Wir waren jetzt am Strand und jetzt sind wir zurück, wie wir sehen können. Und jetzt wird ein Drink gegönnt. Danach geht's wieder zurück zum Hotel. Okay, oh, okay. Das mit dem Schiedsrichter lief jetzt nicht so wie geplant. Okay, okay. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Hey, schönen Abend. Tschau, ey. Man sieht sich im Hotel, oder nicht? Helft ihm hoch! Ey, wir sind so blöd, Mann. Oh, oh, oh. Wir sind jetzt zurück am Zürcher Flughafen. Jetzt geht's ab nach Hause, Jungs. Letzte Schluss-Message.